Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder ein richtig cooles Video, was ihr sehr feiert. Und zwar bin ich wieder auf der Street. Wir werden wieder Leute fragen, wie viel ihr Outfit wert ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Hast du vielleicht... Warte, warte, warte! Oh Gott! Hast du vielleicht was mitzumachen bei meinem Video? Ich drehe für YouTube. Worum geht's? Wie viel dein Outfit wert ist? Ich würde dir einfach so ein paar Fragen stellen. Eine Sekunde! Okay. Dann warten wir mal kurz. Ich brauch den Fleck! Scheiße, ich bin weg! Sigi, Sigi! Ja? Wo ist Opas Erbe? Warum brauchst du das denn jetzt? Für den Fleck! Was? Für den Fleck! Sag jetzt! Wo ist das Erbe? Da unter der Kerze! Oh Gott! Ich werde weggefleckt! Boah, wir warten jetzt echt schon mega lange. Locker 10 Minuten. Soll ich erst mal jemand anderen suchen? Ja, okay. Ah, sorry. Ja, komm, lass das Outfit, den ihr macht. Bist du, sagst du... Ja, ja genau. Ja, genau. Hast dich kurz umgezogen? Kurz umgezogen wegen Wetter, dies, das, normal. Okay. Ja gut, Leute, dann fangen wir... Nichts Besonderes jetzt, so einfach normal. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir haben unseren ersten Kandidaten für das heutige... Ja, schnell machen, ich hab nicht so viel Zeit, ja? Okay, okay, kein Stress. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich sehe schon dein T-Shirt, das ist von Gucci, denke ich mal. Normal, oder? Steht für mich fest drauf. Normal, gut. Ist danach für dich. Was ist so in deinem Kleiderschrank? Wie viel Prozent Markenklamotten? Wie viel Prozent normale Sachen? Null, also... Alles Markenklamotten? Alles Marke. Okay, krass. Aber ist jetzt nicht so... Ja, ist normal. Normal. Gut. Also, Gucci-T-Shirt, glaubst du, wie teuer das war? Weißt du das noch? Boah, ich hab keine Ahnung. Sag mal, schätze mal so ungefähr... Tausend, ja, ja. Teurer? Ja, ein bisschen teuer. Okay, also, knapp 1000 Euro. Dann haben wir... Ist auch noch was drin hier. Ja, gucken wir gleich. Machen wir erstmal dein Outfit. So, deine Hose. Wovon ist die? Ja, Gucci. Gucci, okay. Sonderanfertigung im Resell. Resell? Ja. Da gibt es Sonderanfertigung? Ich dachte, Resell... Ist Resell nicht immer ein bisschen günstiger? Nee, nee, das war teurer im Resell. Achso, okay. Weil das Sonderanfertigung war, ja. Okay, wie teuer ist die? Boah, du bist doch hier so der... ...der Fashion-Youtuber. Okay. Ich bin Fashion-Youtuber. Alles klar. Also, ich würde jetzt mal so schätzen, die hat Maximum 1,1 gekostet. Haut hin, haut hin. Okay, gut. 1,1. Samme, taui. Oh, taui. Dann hast du noch eine richtig coole Cap an. Ja, ja. Da, ganz kurz, da hängt noch das Schild dran. Ja, ja. Soll ich dir das kurz abmachen, oder? Nee, 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 lass dran. Lass dran. Ich muss das wieder, fuck, ähm, noch weiter lange tragen. Okay. Dann fällt mir auf jeden Fall richtig krass deine Sonnenbrille auf. Achso, ja, ja. Die ist richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann, aber ja, normal. Ist was? Wo ist die? Louis V. Und wo hast du die gekauft? Bei Louis V. Gibt's die in Deutschland auch, oder? Ich weiß nicht mehr, ja. Okay. Also bist du viel unterwegs auch? Ja, ja. Okay. Ja, dann sag mal, was hast du noch so? Die Tasche haben wir noch nicht gesagt, ne? Tasche? Ja, Tasche auch. Gucci, finde ich sehr geil vom Style. Passt nämlich richtig gut. Ich kann auch zeigen, was drin ist, oder? Und dann hast du eine Kette noch an. Soll ich zeigen, was in der Tasche ist, oder? Machen wir gleich, machen wir gleich. Okay, aber ich hab nicht so viel Zeit, ne? Okay, ich beeil mich. Kette? Woher hast du die Kette? Versace. Versace. Sieht man ja. Auch Standard, normal, oder? Taui, Taui. Oh, stimmt, wir haben vergessen zu sagen. Hier, was war die Tasche? Wie teuer war die? Ich weiß nicht mehr. 4.000. 4.000. Boah, ist aber schon teuer, ne? Ist die nicht eigentlich ein bisschen günstiger? Weil letztes Stück im Laden habe ich gesagt, hier ein bisschen mehr, so. Dies, das. Okay. Ja, geil, da bist du richtig am Flexen, würde ich sagen. Rolex. Rolex? Ey, warte mal, hast du zwei Ohren an? Doppelflex, normal. Oh, Doppelflex. Okay, er geht richtig steil, Leute. Er geht richtig steil. Ich habe mir auf jeden Fall den richtigen ausgesucht, als ersten Kandidaten. Okay, was ist das für eine Rolex hier? Die mit, die teure. Okay, du kennst dich nicht so aus, du findest einfach geil, die zu tragen. Ich finde die Sachen geil. Mir ist auch egal, was es so ist, so Hauptsache teuer und geil. Okay, zeig mal, hat die Diamanten. Boah, krass, die war bestimmt richtig teuer, ne? Was hat die gekostet? Ja, ja. 280 K. 280 K. Das kann nicht sein. Doch. Okay, jetzt verarschst du dich, das kann nicht sein. Nein, nein, ich schwirre. Ich schwirre. Ich habe in Dubai gekauft und da war ein bisschen billiger. Die war aber nur, lass mich nicht lügen, 40 K. 40 K? Ja. Ist das eine Datejust oder? Ja, auch so eine Rolex. Sollen wir hier weitermachen? Der ist irgendwie ein bisschen. Was? Ich weiß auch nicht. Bisschen. Komisch, ne? Bisschen, ein bisschen cringe, ne? Okay, komm, weiter, weiter. Hier ist noch mehr zu finden, ja. Ja klar, noch mehr zu finden. Was hast du noch im Angebot? Erzähl mal. Bargeld am Start. Ja, okay, aber erstmal hier, Schuhe. Kannst du auch zeigen, was hier drin ist? Das machen wir gleich. Wir machen erstmal Outfit. Schuhe, was hast du für Schuhe an? Sieht auch ziemlich geil aus, schwarze Schuhe. Ich habe extra schwarze Schuhe angezogen, wegen der schwarzen Hose. Okay, woher hast du die? Wie teuer waren die? Versace. Ist das eine neue Kollektion? Ja, hat mein Opa mir geschenkt damals. Dein Opa? Damals? Okay, also eher alte Kollektionen. Ne, ne, der hat mir Geld geschenkt damals. Das habe ich mir heute von der Schule gekauft. Heute hast du die gekauft? Ja. Was haben die gekostet? Weiß nicht mehr. War zwar eben erst, aber ich merke das nicht. So 800, 1000, so ein Ding ist das. Okay, so ein Ding ist das. Ja, krass, dann präsentierst du auch ganz stark deine Socken. Ja. Woher sind die? Sind das auch Gucci, denke ich mal. Ist Gucci dein Lieblings-Nutzungsmaten? Normal, normal. Ja, okay. Ja, krass. Was haben die gekostet, die Socken? Die sind so 200, oder? Ja, ja. Okay. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Nicht besonders, nicht besonders, ja. Haben wir noch was vergessen? Ich habe noch einen Louie-Gürtel. Warum trägst du Gürtel zur Jogginghose? Das ist unnötig, Bruder. Nein, 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 nein. Es kommt drauf an, du musst doch der Typ sein dafür, ja. Okay, und du bist voll der Typ. Normal. Ja, cool. Was hat der gekostet? 500. 500? Ja. Krass. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir es ja, oder? Ich kann dir zeigen, was noch in der Tasche ist. Ich habe auch noch hier, ich weiß nicht, sieht man jetzt nicht so, aber ich habe ja noch was drunter. Okay. Hier Versace. Ach krass, Versace, Unterhose auch noch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, krass. Ja, krass. Hast du so viel Bargeld dabei? Ja, ja, äh, Standard. Äh, 15k. Und was macht du, das Portemonnaie ist auch von Louis? Normal. Ja, ey, wenn du ein paar Scheine abdrücken willst, damit das Portemonnaie wieder zugeht, ne? Nein, Mann, nein. Ich streiche noch abgeben. Was? Muss ich gleich noch mit was, äh, mehr Gucci kaufen. Okay. Gehst du oft shoppen? Wie oft in der Woche? Also ich bin eher so ein Typ, der geht einmal, einmal, einmal im Monat und dann so 500k. Okay, was machst du so beruflich? Äh, ich bin, äh, tätig. Man kennt mich, man kennt mich. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr ihn vielleicht schon kennt, er ist in der Szene anscheinend ein bisschen bekannt, ich kenne dich nicht, sorry. Cool, danke, dass du mitgemacht hast. Warte, warte, warte. Soll ich noch kurz zeigen, was hier in der Tasche ist? Mhm. Ich habe hier noch, äh, nichts Besonderes. Okay. Okay, krass. Die sind doch gefälscht. Nein, die sind nicht gefälscht. Oder die sind gefälscht. Nein, die sind nicht gefälscht. Die sind kleiner als deine 50 Euro Scheine. Nein, die sind nicht gefälscht, oder? Nein, die sind gar nicht gefälscht, das ist ja. Gucci-Brille. Ist das nicht eine Frauenbrille? Die habe ich nämlich auch, glaube ich. Nee, nee, ist keine Frauenbrille. Ist keine Frauenbrille? 3 von 11, wenigstens 2k. Ja, krass. Du hast auf jeden Fall richtig abgerockt. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Warte, warte, warte. Keine Ahnung, was ist das denn jetzt? Was macht er? Hier, ich habe noch, äh, ich bin mit meinem Kind unterwegs. Oh, wie süß. Ja, ja, von Supreme. Nein, okay, der Kinderwagen ist von Supreme. Krass, ich wusste gar nicht. Doch jetzt! Ich wusste... Halter! Hey, Kevin! Kevin, du bist ja! Gucci-Strampler. Hast du den gerade ausgezogen? Nein, nein. Der hält den immer fest, weil der... Ah! Er sagt schon, Witzel. Okay. Und, äh... Standard-Gucci-Schuhe. Kriegst gleich wieder, Bruder. Gucci-Schuhe. Äh, Gucci-Pulie. Okay, also du hast dein Kind auch von oben bis unten. Ist der... Ja, ja, ja. Witzel, witzel vielleicht wieder. Ja, ja, alles gut, bitte. Wer rollt noch, der Kinderwagen? Ja, ja. Wer rollt immer, weil... Läuft bei dem, rollt bei mir, rollt bei dem, rollt bei mir, so. Also, kannst einfach nochmal 10k draufrechnen. Irgendwas vergisst man immer bei mir. Du kannst hier so einblenden, äh, Gesamtautfit-Wert, ne? Ja. Hab ich noch nie gesehen, so, aber die machen das ja immer, ne? Hab ich gehört, aber... Ja, wir rechnen das dann gleich mal zusammen. Ja, ja, normal. Okay. Ja, cool. Also, das war's dann, ne? Dann, äh, vielen Dank, dass du... Peace, Bruder. ...dabei warst. Ich hab im Auto noch was liegen. Ja, ist gut. Also, ist okay. 100k oder so. 100k, alles klar. So, ich hab mich wieder in meine normalen Klamotten geschmissen. Äh, so fühle ich mich dann doch ein wenig wohler. Und, äh, betrachte das Ganze einfach als kleines Spaßprojekt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mir so das flexhafteste Outfit aller Zeiten zusammenstelle. Äh, es war natürlich, äh, 95% Fake. 99% Fake. Ähm, ja. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich der Bibi mal so ein Designer-Fake-Outfit zusammenstelle. Ich war überrascht, wie, wie einfach man an so Sachen kommen kann. Ähm, aber ja. Jetzt geht hier irgendeine, äh, Leo-Musik an. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ich der Bibi mal so ein Outfit bestellen soll. Das wäre bestimmt auch ziemlich witzig. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet jetzt noch in Bibis neuesten Video vorbei. Da haben wir, äh, einen Beziehungstest gemacht. Ziemlich witzig. Und mit Raphael hat die Bibi auch noch ein Video gedreht. Ihr habt, äh, asiatische Süßigkeiten getestet. Auch sehr, sehr lustig. Verlinke ich euch beides in der Informationsbox. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.